Guten Tag Leute, ich habe mir ja vorgenommen 1000 Tage Minecraft Hardcore zu überleben, ohne AFK zu gehen. Und ja Leute, ich sterbe wirklich oft. Ah, ah. Ah, nein. Äh, auszubauen? Oh. In Episode 1 hatte ich die Welt erkundet, drei Dörfer gefunden und festgestellt, dass ich einfach in den Alpen gelandet bin. Mit genug Heuballen, Kühen und Schafen habe ich mich hier in diesem Dorf zwischen zwei Bergen eingenistert. Und jetzt geht es weiter mit Episode 2. Viel Spaß. Ich brauche auf jeden Fall Betten, Falltüren, ein Boot und ich denke, so können wir schon die Farm bauen. Das ist eigentlich relativ leicht. Wir versuchen die Farm hier hinzubauen. Ich denke, das sollte klappen. Wir brauchen einmal mehr Platz hier, mehr Gerade. Wir gehen sieben Blöcke runter. Eins, sieben, ja. So, und dann gehen wir hier rüber. Drei Blöcke weit. So, gut. Perfekt. Dann machen wir hier eine Stufe hin, hier eine Stufe und hier eine Trapdoor. Ne, da die Trapdoor hin. Dann machen wir zwei mal drei frei für den Zombie. Wo ist mein Boot? Habe ich mein Boot nicht gecraftet? Doch, da. Ach, verdammt. Ja, super blind wieder. Jetzt gehen wir hier raus in die Richtung. Da habe ich hier raus und dann einmal das Boot dahin. So, dann machen wir hier zwei Falltüren hin. Hier machen wir wieder zu. Hier machen wir die Falltüren auf. Dann gehen wir nach hier hin und graben ein neun, fünfer Loch. Dann kommen hier die Blöcke hin und dann wird das alles abgebaut hier. Dann müssen wir versuchen, die Bewohner noch zu holen, bevor es dunkel wird, damit die noch Jobs annehmen. Und wir brauchen noch Betten. So, dann brauchen wir eine Jobstation. Jetzt ist es Zeit, dass ihr euch hier versammelt, meine Lieben. Ihr drei kommt jetzt hier unten zur Farm und wir leuchten hier noch ein bisschen aus. Genau, jetzt haben wir das alles soweit richtig. Dann müssen wir hier Wasser hin machen. Machen wir da noch eine Fackel hin. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen oder nicht gewusst, dass man hier das Land vorher einmal... Angeblich macht das halt die Farm kaputt, wenn man das nicht vorher zu Farmland gemacht hat, dass da kein Eisengolem spawnt. Ist das dein Ernst? Dann nehmen wir zwei mit. Die kommen hier schon mal rein in die Farm. Da rein. Genau, da rein. Da 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 rein. Da rein. Perfekt. Sehr gut. Machen wir zu. Dann nehmen wir die ganzen Betten mit. Und werden nochmal die Villager aufforsten. So, Jungs. Ihr habt jetzt hier jede Menge Betten. Jetzt kann ich damit keine neue Eisenfarben machen. Die müssen sich hier erstmal wieder vermehren. So, haben wir jetzt Eisen. Äh, haben wir da überhaupt einen Zombie drin? Warte mal. Ne. Der Zombie ist hier... Warte mal. Dann müssen wir das so machen, dass der Zombie da richtig vernünftig reingehen kann. Wann ist es Nacht? Es ist Mittag rum. Okay, was könnte ich tun, um die Zeit zu verbrauchen? Könnte Fichte holen. Aber auf jeden Fall hol ich Fichte. Ich hab nämlich noch keine Fichtensetzlinge. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein paar Setzlinge. Ein Hase. Ne, Quatsch. Ein Hund. Ja, das ist definitiv ein Hase. Ich brauch einen Zombie, ne? Leute, kein irgendwas anderes. Ich brauch einen Zombie. Hier geht's einmal zu deiner Zieldestination. So, bist du jetzt im Boot? Jawohl, du bist im Boot. Dann sollten wir hier die Eisenkorbes bekommen. Das heißt, die Eisenfarm funktioniert. Wir warten jetzt, dass ein bisschen Eisen kommt. Dann können wir einen Hopper reinmachen und so. Ah, jetzt weiß ich, wo noch ein Fehler ist. Okay, dann machen wir, genau. Machen wir das wieder zu. Weil jetzt ist ja der Zombie drinne. So, dann haben wir auf jeden Fall... Okay, die Eisenfarb funktioniert. Das ist jetzt natürlich eine sehr kleine, nicht so effiziente. Aber die sollte uns... Das solltest du nicht machen. Du solltest da nicht außerhalb spawnen. Warum machst du diesen? Sei doch einfach anders. Ja, ist so. So, wir müssen jetzt irgendwie den loswerden. Aber im Optimalfall will ich davon nicht sterben. Nein, ich brauche kurz Schneebälle. So, dann machen wir hier. Eins, zwei, drei. Und pullen den. Und dann können wir das auch machen. Den erledigen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hast du nicht schon wieder getan. Das soll keine manuelle Eisenfarm sein. Das soll eine normale Eisenfarm sein. Also reicht das nicht, ne? Reicht nicht. Ich muss hier jetzt spawnproof. Könnten noch den Zaubertrick machen. Genau so. So sollte es sein. Dankeschön. Weitermachen. Aber ja, ich habe ja hier Schmiede. Und Schmiede hat Lava. Und Lava heißt Upgrade. Da. Ne, ich bin einfach nur blind. So, wir brauchen Zauntor und Schilder. Dann machen wir nochmal Kiste. Wir gehen auf Red Zone und machen Hoppa. Das ist leichter. So, jetzt haben wir hier Platz für Lava. Dann müssen wir da... Ja, ne, machen wir es richtig unnötig kompliziert. Und machen da Lava rein. Und dann machen wir die weg. Und dann haben wir ein Upgrade. Und hier können wir in die Kiste ran. Perfekt. Und wir haben schon 30 Eisen gemacht. Das ist schon ordentlich für so eine kleine Farm, ne? Okay. Das wäre erledigt. Die Eisenfarm steht hier. Ich könnte jetzt eigentlich wieder zurück zu meinem richtigen Dorf gehen. Ah, home sweet home, ja? Ja, aber guckt mal, Leute. Ich habe so viel Eisen. Einfach auch, weil ich hier in Bergen bin. Da konnte man auch so viel Eisen am Anfang finden. Einfach wild war das. Wir werden jetzt langsam mal anfangen, die Bewohner ihren richtigen Berufen zu zuordnen. Jetzt haben wir hoffentlich hier gleich genug Flint. Diese Station, die können jetzt erstmal weg. Und dafür gibt es einen kleinen Trick. Einmal so machen und einmal so. Und dann sollte sich einer den Job suchen. Ja, guckt mal. Der ist da schon höchst intelligent und läuft da schon direkt rein. Und der sollte sich auch selbst trappen, dass er da reinfällt einfach. So liebe ich es, wenn ein Plan funktioniert. Sehr gut. Machen drei Tief, einen Bearbeitungstisch und dann noch eine Falltür. Ja, perfekt, ey. Das läuft ja wie eine Eins hier. Farmer, du solltest eigentlich da hinten hin. Du hast dich ein bisschen verlaufen da oben. Kann das sein? Die können hier nicht raus, eben wegen der Falltür. Und der hat nicht den richtigen Trade. Okay, wie machen wir das? Guck mal, da ist der dritte. Ist auch schon angekommen. Sehr schön. Achso, ja. Und Bogen und Pfeile ist bestimmt auch nicht verkehrt in Hardcore. So, dann nehmen wir einen Stack Pfeile mit. Und von dem dritten einen Bogen. Dann können wir nochmal Schuhe mitnehmen. So, dann müssen wir nochmal die Schafe scheren. Denn wir brauchen die ganze Wolle für das Deep Dark. Zapp, 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 zapp. Okay, dann machen wir jetzt das Portal. So, wie packen wir denn das Wasser? Oh nein. Oh, das war knapp. Das ist ja alles andere als smart, was ich hier gerade mache. Aber ich kenne gerade keinen anderen Weg, weil ich bin einfach so schlecht in Minecraft, dass ich das alles manuell ein Gerüst dafür machen muss. Da Lava und hier Lava und dann das Wasser wegnehmen. Nein! Kritisch. Warum mache ich das drei breit? Egal. Ich bin gut im Minecraft. Machen wir es halt drei breit. Was soll der Geiz? Das ist aber auch nicht so schlau. Egal. Du brauchst 500 Blöcke und baust halbes Haus beim Gießen. Das ist richtig. Ich bin Bilder. Was soll ich sagen? Ich baue gerne. Portal ist fertig. Einfach so. Ganz easy. Ohne Probleme. Und ich muss nur ein bisschen Erde noch abbauen. Dann habe ich hier ein schickes Portal. Das ist doch wunderbar. Oh, warte mal. Oh. Das ist ein wirklich schickes Portal. Wo ist mein Schild? Da ist mein Schild. Okay. Ja. So schnell kann es auch gehen. Oh. Ihr macht ganz schön Schaden. Oh. Der Herr hat Piercing. Oh. Moment mal kurz. Einfach an der Patrouille fast gestorben. So. Perfekt. Jetzt ist das Portal fertig. Genauso wollte ich das haben. Ne. Jetzt muss ich mir ein Eisen holen. Weil ich habe kein Eisen dabei. Mache ein Feuerzeug. Und check mal die Hölle ab. Und dann versuche ich die neue Technik. Denn bei Technikfragen habe ich Technik gefragt. Und er sagte. Grab einfach auf Höhe 60. In eine Richtung. Entweder Süden oder Norden. Und dann triffst du schon irgendwann auf eine Festung. Wir haben hier schon mal Quarz am Anfang. Das ist gut. Dann können wir Observer machen. Denn ich bin auch ein kleines Redstone Genie. Wie ihr ja wisst. Was haben wir denn da? Wir haben ein kleines Nether Waste. Das heißt hier kann man eine Goldfarm gut bauen. Und ansonsten. Wo können wir denn am besten graben? Am besten können wir. Das ist Richtung Norden. Dann können wir wahrscheinlich am besten Richtung Süden graben. Welche Höhe sind wir? 69. Die gefällt mir. Wir machen hier ein bisschen Sicherheit. Denn wir sind Hardcore. Und ich habe Eisen. Und ich habe Schiss. Aber wir graben geradeaus. Bis wir eine Festung finden. Mache ich eiskalt. 10 Brot. Das ist mutig. Das ist wirklich mutig. Okay. Ja gut. Wenn ich jetzt natürlich keine Spitzhacke mehr habe. Muss ich wieder zurück gehen. Krise. Ich muss zurück. Da ist noch eine Spitzhacke. Eine angefangene. Ja Sticks ist aber auch nicht so schlau. Vielleicht nehme ich einfach direkt Bretter mit. Wir ernähren uns einfach vom Brot. Es ist egal. Wir warten nicht auf das Fleisch. Wir gehen einfach wieder. So wir gehen weiter. Ist die Frage. Geht das jetzt wirklich? Stoße ich jetzt auf eine Festung? Oder werde ich... Moment. Das ist eine Festung. Warte mal. Das hat geklappt. Ich glaube es nicht. Aus fröhliches Sterben würde ich sagen. Da ist ein Spawner. Ja. Mhm. Nein. Ich glaube nicht. Woh. 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 Au. Vielleicht hätte ich was anderes nehmen sollen als Brot. Ich brauche aber noch einen Laserwarzen. Das ist ja auch so ein kleiner Teil, den ich ja gerne vergesse. Warum hast du dein Schild nicht in der Hand? Oh. Habe ich doch. Ich weiß nicht was du meinst. Dankeschön. Das wäre so schief gelaufen. Dankeschön. Ich spiele Hardcore einfach auf schwer. Wir haben schon mal Warzen. Was extrem nice ist. Ich höre Blaze. Oh. Spawner. Stell dich da in Ängsten. Ja. Mach ich. Puh. Oh. Ich bin raus. Davon können wir keine Enderperlen machen. Aber ich kann einiges an Tränke brauen. Oh. 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 Das war nicht schlau. Das brennt weg. Bei Lava. Aber. Solange es nicht wegbrennt. okay jetzt wird jetzt wird jetzt wird jetzt wird wirklich gefährlich ganz kritische soße okay ich lebe noch sehr schön das hätte furchtbar daneben gehen können also wirklich wirklich furchtbar jetzt einfach erst mal und dann haben wir 40 quads das reicht für 40 observer dann können wir noch ein paar netherwarzen anpflanzen wo machen wir das denn am besten können das auch hier einfach anpflanzen und man braucht aber auch nicht viel also pflanzen war nur ein paar an dann können wir die neun bewohner einladen hier zu bleiben dauerhaft wir machen einmal das und das wunderbar hier dein beruf sehr schön gemacht an der stelle feier ich und der nächste dein ernst so sehr gut jetzt haben wir euch vertrocknetes fleisch und vertrocknetes fleisch habt ihr nichts anderes dann können wir die zuckerrohrfarben automatisieren 10 habe ich gesagt 10 obsidia obsidia beobachter pistons brauchen wir auch 10 sehr schön das klappt schon mal dann brauchen wir einen trichter und wir brauchen eine kiste eine weitere dann kommt da der trichter rein wir platzieren die mal so rum machen wir hier erstmal platz hinter so dann machen wir eine reihe von den hier so dann nehmen wir die schicht raus machen kurz einen kleinen seiteneingang hier so weil ich sonst nicht an die verkabelung hier hinten dran komme observer hin da müsste hier nur noch irgendwo überall redstone hin so und dann testen wir das ganze einmal das heißt wenn wir mit dem zuckerrohr nach oben kommen dann kommt es raus und läuft in die kiste perfekt und dann hätten wir eine zuckerrohrfarm automatisiert ist doch wunderbar ich leuchte hier noch mal ein bisschen aus und dann gehen wir aufs offene feld stellen uns alles legen schild natürlich an ich brauche spinnen auge du hast einen starken bogen ich benutze dich mal als lebendes schild lenkt ihn mal ab genauso wunderbar und dann habe ich spinnen auge bekommen nein verdammt warum mache ich feile warum mache ich feile weil ich den creeper haben will und nicht euch geht weg ich will den creeper ich bin erschrocken warte erstmal mache ich dich tot geh weg das sind solche kamikaze dinger okay kein spinnen auge kein spinnen auge aus habe ich überhaupt noch platz ach der fake creeper oh man den habe ich schon wieder vergessen und spinnen auge hat nicht geklappt so gar nicht aha da war die erste kugel kriegt sehr schön das funktioniert jetzt einmal frei haben wir schon eine zuckerrohrbilanz wir haben schon eine zuckerrohrbilanz schau mal wie es der eisenfarm geht das könnte ich auch mal gucken so eisenfarm ist hartstuck so also alles zu machen außer den zugriff auf die kiste oder was gut dass wir mal gecheckt haben out an der stelle dann machen wir kurz drei knöpfe und machen einmal diesen move hier und dann sollte das wieder klappen so jetzt muss ich kurz einmal in die stadt um zu gucken ob da noch essen gibt weil sonst verhungere ich auf dem rückweg so wir machen auf jeden fall hier erstmal sicherheitsmäßig nochmal zwei reihen davon dass hier einfach mal nichts spawnt und dass das einfach nur in der farm spawnt ich meine wir haben ja schon wieder zwei stacks eisen und wir würden sagen an der eisenfarben beenden wir das für heute jo team hier aus dem kat ich wollte nochmal danke sagen für 200 abonnenten und natürlich danke für euren support auf dem letzten video also ich bin raus bis dann